Moin und willkommen zu einem neuen Video von mir, Smart Free Hardcase. Ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Das ist ein wasserfestes Käse oder Köfferchen für eine Go Show und das gibt es in drei Farben und ich habe die glaube ich in schwarz. Ich würde sagen, wir packen das mal gemeinsam aus. Einmal in Englisch und Chinesisch. Das ist ein bisschen matt gehalten. Kunststoff, hört man. Hier ist eine Schlaufe, kann man auch tragen. Dann würde ich sagen, packen wir das mal. Öffnen wir das mal besser gesagt. Nicht auspacken, öffnen. Oh ja, das ist richtig dicht. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen. Hier ist Gummi. Hier ist das schon alles vorgestanzt. Hier soll dann die GoPro rein, hier kommen die Akkus rein, das Ladegerät, Kabel. Also das fühlt sich schon wertig an. Das sieht nicht schlecht. Ja, duftet ein bisschen. Hier ist das nochmal ein bisschen. Und dann kann man das jetzt hier so rausdrücken. Und schon die Felder, die ich brauche, habe ich drin. Wie gesagt, auch hier habe ich die Möglichkeit, dass ich nur zwei rausnehme, drei oder alle vier. Je nachdem, was ich brauche. Das ist doch eine gute Idee, eine gute Lösung. Das, was ich nicht brauche, wo ich jetzt gar nicht rausnehme oder ich mache das wieder zu. Ich finde, so passt man eine Menge rein. Und schon ist die GoPro 12 zum Beispiel, die Hero, der ist da, wo keine Verpackung oder keinen Käse mehr dabei. Geschützt, ist wasserfest. Das finde ich so gut. Und das nochmal hier raus. Dann kann ich jetzt hier den rausnehmen. Den nehme ich hier noch raus. Dann stecke ich hier mal kurz einpacken. Dann nehme ich hier nur zwei zum Beispiel raus. Dann stecke ich das hier wieder rein. Das kann ich hier anpassen. Dann rutscht das ja auch nicht so hin und her. Das sind jetzt zwei Akkus von der GoPro. Wunderbar. Ich mache meine Hand weg. Schon sitzt das. Ich habe hier auf der Zylver ein Lins drauf. Ich würde das so reinpacken. Ja, schon ist das dicht. Schön zu, geschützt. Wunderbar. Ich hätte mir persönlich vielleicht gewünscht, dass da vielleicht so ein kleiner Tragegriff dran ist. Gut, dafür ist dann diese Schlaufe, diese Schnur dabei. Die kann man ein bisschen kürzen. Hier kann man noch Kabel hinpacken. Hier kann man noch einen dritten. Hier auch einen Akku. Also man kriegt hier ein bisschen was untergebracht. Also so ist es ja nicht. Hier kann man den Zubehör noch mit reinpacken. Oder hier mit reinpacken. Doch, das macht einen guten Eindruck. Und dann würde ich sagen, dann soll es auch hier gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch. Liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.